. 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 Es gibt ca. 7-8 kg, aber es ist nicht möglich. Es gibt über 1,000 Euro. Über 1,000 Euro? Es gibt über 2,000 Euro. Andreas ist als Architektor von Trenntons. Er ist mit Lagos in Trenntons. Als seine Freunde in der Schule schauen, dass er nicht wie viele Menschen sind, er ist wie eine Wohnung mit Lagos. Und deswegen war unsere Mutter Giaus. Ich finde, es war in der 5. Klasse. Hier ist eine dünnere Stadt. Andreas hat gesagt, «Hey, aha, wir sehen uns mit Lagos!» Und in diesem Zeitpunkt, in dieser Figur, war ein Joach. Wer ist diese Figur? Einer meiner Mutter in Lagos. Und er war die spezielle Figur. Davon war der Giausonadi. Er war die größte Modelle mit Lagos. In diesem Moment, das Interesse der Autos für mein Hobby interessieren. Aber ich finde, in dieser Figur. In Lagos gibt es eine die nächste Pission, die auch noch ist. Und Andreas weiß, in der 27-Familie, weil er schon im Rimmau die ca. 10 Wunden für dieses Fonds war. Nein. Also, ich finde, dass diese Lagos sind meine und meine. Punkt. Nichts mehr Kinder machen, aber nicht mehr. Wer meint, mit einem Pferd, sondern nicht mehr. Mit mehr Lagos? Ich dachte, es war das. Es war das. Es war das. Es war das. Eine Kollektion der Lagos von Andreas Venja, in der Kräscher, in der Porta Nucci und Moises ist in 20 Sekunden wenn er ihn invitiert. in der Kräscher war der Kräscher mit der Kräscher mit der Kräscher mit dem K ich